Ja Freunde, hi und herzlich willkommen zu Part 33 der großen Gefängnisarchitektur. Ja, so würde man das mal vorsichtig formulieren. Wir sind wieder dabei. Das Steam Summer Sale hat begonnen. Bis jetzt nur Crap dabei. Nein, so kann man das auch nicht sagen. Aber bis jetzt habe ich mir noch nichts gekauft. Das kann man ja sagen. Und ja, wir werden uns jetzt erstmal hier an die Wasserversorgung begeben. So, hier kommt Rollgroß. Hier oben. Das könnte man doch eigentlich einfach mal eiskalt hier unten weiterführen. Das wäre glaube ich voll Knorkel. So, und dann zieht man das hier durch. Und dann haben wir Wasserversorgung. Und dann fehlen uns noch 17 Zellen. Ja, 17 Zellen fehlen uns noch bis Zellenblock D Fertsch ist. Jetzt geht das hier auch schon wieder übrigens nicht mit diesem Essen. Also ich, äh, es ist einmal, ich kontrolliere es jetzt nochmal. Essen. Eine Stunde. Für, ja, für beide, für beide Parteien. Selbstverständlich, so. Äh, und es ist niedrig und keins. Also es ist eigentlich, ist es, eigentlich ist es richtig. Ja, äh, egal. Das, äh, können wir uns ja später noch angucken. Erstmal geht es jetzt darum, ähm, das, ich find's komisch, sobald hier die Arbeit losgeht, äh, geht hier die Gefahrenstufe extrem hoch. Ähm, vielleicht weil zu viele Leute zu wenig Beschäftigung haben. Das könnte natürlich sein. Ähm, ja, was ich sagen wollte, wir machen jetzt erstmal, oh, wir brauchen noch 16 Zellen. Wir brauchen noch 16 Zellen, um, äh, Zellenblock D fertig zu haben. Und dann gibt es hier 20.000, äh, Kröten. Und, äh, mit diesen 20.000 Kröten, okay, das reicht. Ähm, Programme. Wir haben, stimmt, die Grundbildung, 5 abgeschlossen, 0 bestanden. Da kann man auch mal applaudieren. Also, ich hab mich so gefreut, dass er endlich diese scheiße Grundbildung fertig ist. Ah, und dann besteht keiner. Was denn Scheiß, Mann? Wieso denn keiner? Kann ich den Leuten nachgucken? Kann ich den noch nachträglich irgendwie in den Arsch treten oder so? Wie scheiße sind die denn? Die können doch nicht zu fünft in einem Kurs teilnehmen. Und dann gar, keiner, keiner schafft es. Warum wurde er jetzt getasert? Alter, was ist denn hier los? Hallo? Schleckerei? Ja, äh, ja, wie kann man... Überlegt euch mal, ihr seid zu fünft in einem Kurs. Ja? Und keiner checkt irgendwas. Und dann kommt die Prüfung. Und es hat immer noch niemand irgendwas gecheckt. Und alle fallen durch. Alle. Alle 5 von 5. Überlegt euch das mal. Wie doof. Na gut. Ist in erster Linie nicht unser Problem. In zweiter Linie schon, weil wir hier die scheiß, äh, Aufgabe nicht fertig kriegen. Oh. Ey. Ich dachte zumindest, dass 3 bestehen oder so. Dass man zumindest einen Anfang hat, wo man, wo man irgendwie drauf aufbauen kann. Aber nö. Die feinen Herren, äh, die wollen ja nicht bestehen. So, ein Schwagsinn. Ich werde mir jetzt hier Geld leihen, damit ich hier den Anbau mache. Und damit wir hier noch weitere Zellen bauen können. Das, ähm, wir haben uns lange kein Geld geliehen. So, hier mal für 5.000. Und schon wieder ein Minus. Ha, ha, ha. Es läuft, Leute. So läuft das bei uns. Gerade wieder im Plus. Zack. Handicap, angeschmissen. Challenge accepted. Aber ins Minus. Oh, wir sind wieder im Plus. Wir haben exportiert. Oh, wir haben exportiert. Aber was? Waren die Bäume wieder fertig? Sollten wir hier vielleicht noch ein paar mehr Bäume hinstellen? Oder pflanzen die, pflanzen die die alle selber? Können die nicht mehr, weil es zu klein ist hier? Könnt natürlich auch sein. Naja. Hier läuft der Anbau. Das ist sehr gut. Ich denke, diese Baumstuhle ist viel zu klein. Das heißt, wir müssen vielleicht hier irgendwann noch eine zweite hinbauen. Zum Beispiel hier, wo 100.000 Bäume stehen. Wäre ja mal eine Arbeit. Ähm. Hofgang, Gefahrenstufe ist wieder auf plus 2.738.400. Was ist denn hier mit Arno Adam? Weißt du, Arno Adam sieht auch aus wie Arno Arman. Äh, Adam. Stark verletzt ist er. Darum sind er da aus. Näh, 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 näh. Äh, Arno Adam wurde verletzt mit negativen Homozide, nachdem er seinen Computer aus dem Fenster verletzt hat, dass das Introversion-Software-Video und Subversion verletzt wurde. Und er hat aufgehört, er hat aufgehört und er so, wow, fuck that. Ich schmeiß meinen Computer aus dem Fenster. Macht er auch und trifft einen Fußgänger und tötet ihn. Oh Gott. Deswegen sitzt er jetzt. Ist das mal ein Grund? Überleg mal. Und warum bist du hier? Ich hab einen getötet. Wie denn? Mit meinem Computer. Hä? Hab ich auf ihn geworfen. Geil. Okay, ich möchte mehr Geld haben. Danke. Ähm, klonen. Let us klonen, let us klonen, let us klonen. Oh, the weather outside is... Hatte ich eigentlich letztes Mal auch einen Ohrwurm von wann wird es mal wieder richtig Sommer? Das hat mich danach noch Stunden verfolgt. Ich saß hier so, hab so das Ding zum Hochladen so, ne, so reingemacht, ne? Und das die ganze Zeit... War ein bisschen nervig auch. Muss ich ja sagen. So, könnt ihr mal hier das Mobil anschließen? Das wär ganz nett. Beziehungsweise abschließen. Was denn hier? Hier fehlt Fußboden, Freunde. Ich möchte hier klonen, aber ich möchte nicht anbauen. Und wenn ich das jetzt hier... Das Problem ist, wenn ich das jetzt hier hinstellen würde, dann wäre ja diese Wand, die würde ja damit... Wisst ihr? Die würde ja damit verschmilzen. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht hier. Ich höre hier überall Taser-Scheiße. Das heißt, den Gefangenen geht es hier wohl richtig gut. So, da kommt unser Fußboden. Eins. Zwei. Alter, du willst doch nicht sagen, dass hier jeder Mensch eine Fliese trägt. Guck mal, die stellen das da hin, legen eine Fliese und verpissen sich wieder. Was ist das denn? So möchte ich auch mal arbeiten. Oh Gott. Dö, 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 dö. Vielleicht kommt noch ein Arbeiter. Wir brauchen jetzt noch zwei Arbeiter für zwei Kästchen, die hier nicht ganz fertig sind. Da oben kommen sie. Jetzt gehen sie weiter in den Steinhaufen vorbei. Zack, zack. Raus und fertig. Ja. Geil. Ihr seid mir ein Volk. So. Das hier. Aber wir gehen hier wieder so ein bisschen ins Minus. Aber, äh, wer hat der kann? Also wir haben nicht. Aber wir können. Quasi. So. Jetzt ist es schon wieder die Scheiße, dass ich meinen Kredit nicht erhöhen kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe, das reicht so viel, wie ich hier bauen kann. Und ich finde es immer noch sehr schwach, dass hier einfach die Geschwindigkeit runtergenommen wurde. Ja, es ist viel langsamer, wenn man hier auf volle Pulle spielt. Volle Pulle, yo. Ah. Okay. Ist okay. Hier kommen unsere ganzen Lichter. Das ist schon mal gut. Hier ist die Baumschule. Alles in Ordnung. Wie sieht das denn hier mit dem Strom aus? Das geht eigentlich auch. Und da können wir sogar noch ein bisschen erweitern. Haben wir noch irgendwo... Haben wir noch irgendwo keinen Strom? Da ist Strom. Achso. Apropos Strom. Wir müssten uns eigentlich auch mal so eine Brutzelkammer bauen. Bis hier. Also nicht von Wiesenhof, sondern... Äh... So, damit man da Leute grillen kann. Habe ich überhaupt Leute, die man grillen muss? Oder sitzen die alle nur ein... Ähm... Um... Ja. Für ein paar Jahre und dann gehen sie wieder. Quasi. Was denn mit ihm hier? Paul Trisch. Verunterte drei Jahre Haft für mehrfache Verbrechen. Einschließlich Drogenbesitz und Drogenhandel. Alter. Mit 19. So. Wo geht's hin, Junge? Oh, er ist verletzt. Gucken wir, ob es jetzt auf die Krankenstation geht. Nee. Das sieht eher nach Zelle aus. Urteil der Drogenbesitz drei Jahre, Drogenhandel 13 Jahre. Aha. Und äh... Du hier? Achso, du bist die Buchhalterhand. Warum sitzt du hier? Ich arbeite hier. Achso. Okay. Philipp Heiner Baum. Bevor er das Gamerhau... Geil, er hat das Gamerhauquart hier zerstört. Äh... Er war ein sehr bekanntes Programmierer und Hacker. Er hat sich entwickelt Haneman, ein Stealth-Action-Spy-Game. Because of the destroying of the Gamerhau, I got a life level. Äh... Ich schaue dann wieder auf die... Hm. Cool. Foto zu elf Jahre hat wegen Drogenhandel. Hä? Ich dachte, er hat das Gamerhauquartier langgelegt. Naja. Naja, naja, naja... Macht ja nix. Äh, wie viel? 190? Achso, weil hier überall noch... Was fehlt denn hier? Türen. Bautüren. Äh, eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Uns fehlen noch zwei Zellen. Ernsthaft? Oh, wir können wieder erhöhen hier. Mal gucken. Ähm, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, wir können hier nochmal klonen und nochmal einen Block hier anbauen. Und zwar, äh, ungefähr so... Ich würde sagen, vielleicht ungefähr... Hier. Und hier. So, wenn jetzt noch die Leute hier in eine Pötte kommen, dann, äh, könnte das vielleicht... Boah, mal gucken. Naja, auf jeden Fall, äh, der, der Hauptquartier-Lahmleger, den finde ich eigentlich ganz cool. Wo war der nochmal? Der hat hier irgendwo gepennt. Oh, der ist jetzt bestimmt unterwegs. Heiner, ne? Heiner, Heiner Baum oder so. Hat auf jeden Fall einen coolen Namen. Ist auf jeden Fall schon mal ein Hacker-Name, würde ich sagen. Heiner. Hey, kennst du Heiner, Heiner Baum? Oh, hatte ich das G-Mach-Quartier-Lahm gelegen. Ja, genau. Na so ungefähr. Könnte das laufen. Vielleicht aber auch nicht. So, ähm, 197. Ich höre hier schon wieder Getasere. Oh, was ist hier denn los? Oh, 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 oh. Schlägerei, ina, du schon mal da und hier an. Äh, gefangener Inu Shiba. Ist das nicht eine Hunderasse? Äh, ist bewusstlos. Und Toast Ready. Toast Ready? Hieß der Toast Ready oder war sein Toast Ready? Das ist natürlich etwas, was ich nicht beantworten kann. Wo ist er denn? Da. Kann ich den mal bitte anklingen hier? Toast Taser Ready. No one knows why Toast calls himself that, because it's not his real name. Ha, auf was. Someone says he snapped while playing around of Postel 2. Äh, underd olipopo-lipopo-lipopo-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil. Oder zu daher habe ich ein mehr verbrechen inklusive Gewaltdelikte und Sachbeschädigung. So. Aha. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ein Jahr ist schon abgesessen. Läuft. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Wieso ist denn hier schon immer... Immer geht diese Zeit langsam. Weil ich es anklicke und dann vergessen wir es schneller zu machen. Was ist hier los? Warum läufst du hier lang? Unbeobachtet. Paul Trisch. Ich kenn dich. Wir hatten eben schon mal das Vergnügen. Du Drogenhändler. Achso. Wenn ich hier einmal auf Escape drücke, ist es wieder langsamer. Das ist ja toll. So. Der Timer schreibt mir schon an. Ich würde gerne noch diese zwei Zellen hier abschließen. Wenn es möglich wäre. Transportiert hier denn irgendwo noch jemand Mauerwerk? Nein. Okay. Mehr Kredit. Gleich mehr Minus. Das ist echt doof, dass uns das hier genau mit dem Geld... Ähm. Also wir haben jetzt... Wir haben jetzt einen Kredit von 19.000. Ja. Den können wir gleich wieder abbezahlen. Weil wir kriegen 20.000 für diesen Zellenblock. Das finde ich jetzt nicht so geil. Also den haben wir 1000 plus gemacht. Das ist jetzt nicht so... Nicht so die pure Freude, würde ich sagen. Aber wir können wieder neue Gefangene einpupsen hier. Beziehungsweise wir müssen erstmal neue Wachen haben dafür. Können wir jetzt mal bitte hier... Achtung Leute. Hier oben. Und... Beziehungsweise hier. Ka-ching. Abgeschlossen. Geil. Dann zahlen wir mal den Kredit zurück. Dankeschön. Ich zahle noch 2000 plus. Herzlichen Dank. Gut Leute. Das war es erstmal für jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen hoch oder ein Comment. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier verblutet jemand. Toast ready. Und ja. Share den Scheiß bei Facebook. Das würde mich natürlich noch mehr freuen. Oder bei Twitter. Oder bei sonst irgendwelchen Social Media Plattformen mit euren Freunden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann ist es Part 34. Das hier war Part 33. Macht's gut. Tschüss.